Hahaha! Hahaha! Ich nehme schnell schon Quas, ist gut? Ganz gut. Ich muss ganz schnell ein Päuschen machen, ich habe immer so ein Türrenamt bei der Monogamie ist. Lassst du daran, dass zwei Leute für ein Leben einziehen können? Ah okay, dann ist das so. Dann sind wir aufwendig. Sorry, ich habe mich nicht aus. Ach, nichts. Mach nichts, du brauchst Hilfe. Hahaha! Hahaha! Das ist zu viel. Ich muss mich erholen. Sorry. Also das ist... ...idolide! Das ist ja krank! Das ist einfach krank! Nein, du weisst, das ist wirklich so äh, äh, mh, äh. Jetzt kommt schon der Hund wieder. Komm dann hierher. Komm, du kannst dann hierher kommen. Sprink, komm! Sprink! Nein, ich bin einfach eine Pfeife. Äh... Nicht falsch, krank ist es! Hä? Pfff! 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 Was? Das weisst du jetzt nicht, aber es gibt gewisse... Ja, mal. Mal. Ich finde schon, dass vielleicht... Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiss jetzt... Okay, warte schnell. Ja, doch! Pff! Pff! Wow, jetzt hast du gesehen, weisst du... Meine Persönlichkeit... Also doch, doch... Nein, nein, nein... Das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Antwort gewesen. Pff! 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 Vielen Dank.